Hey, herzlich willkommen zu Kugeln, die die Welt bedeuten. Ich bin Juki Wunschlotse und ich lade dich herzlich ein zu dieser Reise in meine wunderbare Welt der Homöopathie. Hier gibt es Geschichten, Überraschungen, Zusammenhänge und ab und zu auch mal Erklärungen aus der Homöopathie. Ich freue mich auf deine Neugierde und jetzt geht's los. Hallihallo, hier ist Juki Wunschlotse und ich möchte dich mit Kugeln, die die Welt bedeuten, in die wunderbare Welt der Homöopathie einladen. Du kennst das vielleicht schon, homöopathische Mittel, das sind so oft in Kügelchenform, Arzneimittel, die sanft wirken und frei von Nebenwirkungen sind und die der Naturheilkunde zugeschrieben werden. Und du kennst vielleicht, dass so Kügelchen gegeben werden bei beginnender Erkältung oder bei Zahnungsproblemen von Kindern oder oder oder. Ich weiß ja nicht genau, woher du die Homöopathie kennst und ich möchte dich einladen. Ich möchte auch über die Mittel reden und ich möchte auch darüber reden, was die Mittel an Krankheiten hinwegzunehmen vermögen. Aber oder besser und ich möchte dich vor allen Dingen möchte ich dich in die in die ganze Denkweise der Homöopathie mitnehmen. Denn die Homöopathie, also nichts auf der Welt hat mir die Menschheit näher gebracht als die Homöopathie. Wenn ich früher Menschen schwierig fand oder auch nicht so leiden konnte oder auch in der U-Bahn ganz viel auch hässliche Menschen gesehen habe, hat sich das bei mir tatsächlich mit der Homöopathie komplett verändert. Ich habe eine große Liebe und ein großes Verständnis für Menschen entwickelt, die mir sonst sehr fremd erschienen sind oder die ich von ihrem Wesen her abgelehnt habe, die mir gar nicht so, gar nicht so zuträglich waren, also die ich irgendwie schwierig oder doof oder so fand. Und die Homöopathie hat es geschafft, mir auch die doofen Menschen, die ich nicht leiden konnte, näher zu bringen. Und zwar, dass ich in mir ein Verständnis und auch eine tiefe Liebe zu diesen Menschen beobachten konnte, wie die so aufgekeimt ist, wie die Ablehnung sich aufgelöst hat in ein liebevolles Verständnis. Und das, das hat die Homöopathie geschafft. Und wie die Homöopathie das geschafft hat, das möchte ich dir gerne erzählen. Und das geht jetzt nicht so schnell, sondern da brauche ich so ein bisschen, brauche ich ein bisschen Zeit, um dir das näher zu bringen. Aber die Zeit, wenn du die mit mir teilen möchtest, dann nehmen wir uns die. Und dann erzähle ich dir davon, wie das geklappt hat, wie, warum ich Menschen durch die Homöopathie verstehe. Denn die Homöopathie, das sind nicht nur die Kügelchen. Die Kügelchen sind das ausführende Organ. Das ist das, was man an Arzneimittel einnimmt, um sich selber richtig zu stimmen. Also wenn du dir vorstellst, du bist ein Instrument mit verschiedenen Seiten und davon ist eine oder mehrere sind verstimmt, dann klingt die Melodie kacke. Dann mag man das nicht hören. Dann ist das irgendwie so, ja, ich kann es ungefähr erkennen, aber so richtig schön klingt das nicht. Und die Homöopathie, die kann das Instrument, die kann dein Instrument widerstimmen. Die kann dir helfen, deine Seiten genau so schwingen zu lassen, wie sie gemeint sind, dass die A-Seite auch nach A-Seite klingt. Und die D-Seite nach D-Seite und die C-Seite nach C-Seite. Ja, und wenn die Seiten verstimmt sind, dann sind die Seiten zwar vorhanden, aber bringen nicht den gewünschten Effekt, bringen einfach nicht den Ton, den du brauchst, um wirklich gut zu klingen. Und das nennt man Verstimmung. Und die Homöopathie, die weiß, egal wie verstimmt die Seite ist, die richtig zu stimmen. Und da gibt es jetzt nicht so ein Rezept, einen halben Ton höher oder einen halben Ton tiefer, denn eventuell ist die Seite ja um mehr als nur einen halben Ton verschoben. Also bei der allopathischen Medizin, da funktioniert das so ein bisschen wie Chemiebaukasten. Also allopathisch heißt, dass man das Gegenteil gibt. Also nehmen wir mal einen pH-Wert, ist ganz einfach. Neutral ist bei 7 und wenn man dann zu sauer ist, sagen wir mal, man ist bei 5, pH-Wert 5, dann ist man zu sauer, dann gibt man um 2 eine alkalische Lösung dazu und dann ist man von 5, was zu sauer ist, mit 2 Einheiten alkalischer Lösung wieder bei 7, also bei dem Neutralen. Das ist Chemiebaukasten. Da fehlt was, da wird das, was fehlt, dazu gekippt. Bei zu sauer wird eine basische Lösung dazu gekippt, bei zu basisch wird eine Säure dazu gekippt. Das ist das Prinzip vom Chemiebaukasten und das ist auch das Prinzip, nach dem die allopathische Medizin funktioniert. Das heißt, da ist dann eigentlich auch ganz gut zu wissen, erstens um wie viel man verstimmt ist, ja, wenn wir bei dem Instrument bleiben und zum anderen, in welche Richtung. Sind wir zu hoch gestimmt? Muss die allopathische Medizin genau wissen, oh, da ist jemand zu hoch gestimmt, dann gebe ich mal das Gegenteil und stimme niedriger. Oder da ist jemand zu tief gestimmt, dann gebe ich das Gegenteil und stimme höher. Das heißt, man muss da genau wissen, welchen chemischen Zusatz man da jetzt geben muss, um das Ganze auszugleichen. Und man behandelt den Körper so ein bisschen nach dem Prinzip Chemiebaukasten. Da fehlt was, da kippe ich was dazu, da ist zu viel, da versuche ich das zu unterdrücken oder durch andere Medizin wieder rauszunehmen und so. Bei der Homöopathie ist es so, dass der Organismus angeregt wird, selber den Ausgleich zu schaffen. Also bei der Homöopathie muss der Organismus zum Beispiel noch nicht mal wissen, bist du zu hoch oder zu tief gestimmt, sondern das ist an der Stelle verkehrt. Dann kriegt der Organismus den Hinweis von dem homöopathischen Mittel und weiß, ah, da sitzt also die Verstimmung und regelt es selber und merkt selber, wann gut ist. Da muss man jetzt nicht noch mehr hinterher kippen oder läuft so sehr Gefahr, zu viel gegeben zu haben, sondern das, wenn man den richtigen Impuls setzt und dann versteht der Organismus, ah, da sitzt das Problem, alles Klärchen, bringe ich in Ordnung. Und da spielt es keine Rolle, ob man einen Ton oder zwei Töne oder einen halben Ton zu hoch oder zu niedrig ist. Während das bei der klassischen Medizin, wo man immer versucht, chemisch auszugleichen oder chemisch eine Wirkung zu erzielen, da sollte man schon genauer wissen, reicht jetzt eine Kopfschmerztablette in der 100er Darreichungsform oder 200er oder 400er oder 600er, irgendwann wird es dann auch schwer zugänglich. Dann gucken die Apotheker komisch, wenn man sich das kaufen will oder das wie auch immer. Ja, also da spielt das eine viel größere Rolle als bei der Homöopathie, wo eigentlich nur die Rolle spielt, das ist verkehrt, der Ton stimmt nicht, kümmere dich bitte da drum und dann merkt der Körper oder der Organismus schon selber, was zu tun ist. Also du stimmst dich selber und du hörst in deinem inneren Ton sozusagen das Ideal und weißt ganz genau, das ist das, was richtig klingt. Und du spürst die Stimmung, du spürst die Schwingung, dass sie richtig ist. Das ist so ein bisschen abgefahren vielleicht. Also wenn man vorher nicht weiß, was falsch ist, dann klingt das so ein bisschen abgefahren. Aber wenn man das mal erlebt hat, wie sich das anfühlt, ich war in einer falschen Schwingung und jetzt bin ich richtig, dann gibt es da auch keine Zweifel mehr, denn richtig, also das Erkennen für richtig, ist untrüglich. Dass man manches Falsche für richtig hält oder es gerne richtig, als richtig empfinden möchte, ist da, wie man so schön sagt, da ist der Wunschvater des Gedanken. Man möchte gerne, dass es okay richtig ist und dann sagt man, ja ist okay. Aber es ist nicht, es ist nicht überzeugend. Und wenn du, und Richtigkeit überzeugt, da gibt es keine Fragen mehr. Richtigkeit ist das, wenn es keine Fragen mehr gibt, wenn es einfach nur passt. Ah, ich verstehe. Ah, alles, also es ist alles gut. Das ist dann richtig. Und das ist so, ja, da bist du halt gefragt, wie du das für dich erkennst, ob du auch die Erfahrung gemacht hast, ob du das auch kennst, wenn etwas wirklich richtig ist, dass du dann keine Frage mehr hast. Und solange du noch Fragen hast, stimmt irgendwas nicht. Das sollte ich bitte nicht davon abhalten, mir Fragen zu stellen, ja. Also wenn du irgendwelche Fragen an mich hast, bitte stell mir die, ja, komm mit mir in Kontakt, stell mir deine Fragen, denn dann können wir die lösen, dann kann ich da weitergehen, dann weiß ich, okay, das erkläre ich jetzt noch mal, noch mal anschaulicher, noch mal genauer, noch mal tiefer, noch mal griffiger. Ja, also stell bitte immer gerne deine Fragen. Wenn ich sage, wenn etwas richtig ist, dann gibt es keine Fragen mehr. Ja, das gilt vielleicht auch für meinen Podcast. Also wenn ich dir das richtig gut erklärt habe, dann hast du erst mal keine Frage. Dann hast du erst mal Verständnis. Das kann sein, dass im Nachklang dann irgendwann weiterführende Fragen kommen. Wenn sich das Verständnis gesetzt hat, dann gehen wieder neue Türen auf und neue Fragen. Aber wenn du von Anfang an schon einfach nicht verstehst, wovon ich rede, oder wenn du von Anfang an Fragen hast, dann stell die bitte. Dann weiß ich, was ich bedienen soll. Dann weiß ich, wo ich genauer werden darf, wo ich noch mehr dir weiterhelfen kann oder auch mir weiterhelfen kann, genauer in meiner Ausdrucksweise zu sein. Also gut, stell mir deine Fragen sehr gerne. Und wenn du keine Fragen hast, ist auch cool. Dann lass sacken. Das nächste kommt bestimmt. So, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Was ich sagen wollte oder wo ich wieder hin will, das ist, also die Menschen sind sehr unterschiedlich. Und die Menschen sind auch mit sehr unterschiedlichen Energien unterwegs. Es gibt so welche, die kommen zur Tür rein und es richtet sich sofort alle Aufmerksamkeit auf diese Person, die gerade zur Tür reingekommen ist. Es gibt so welche, die kommen zur Tür rein, setzen sich mitten rein und du bemerkst erst Wochen später, äh, du warst auch da? Ich habe dich gar nicht gesehen. Und es gibt Menschen, die kommen rein und nerven gleich alle. Die kommen zu spät, drängeln sich irgendwo dazwischen, stolpern, machen ganz viel Lärm, stellen ihre Tasche laut auf den Boden, ähm, quietschen mit dem Stuhl hin und her und, äh, atmen laut oder räuspern sich ständig oder, ähm, machen die ganze Zeit Geräusche, holen auch ihre Sachen, die sie aus der Tasche holen, immer so geräuschvoll raus, aber sind die doch zu spät gekommen, können die nicht mal leise sein. Also die ziehen dann wirklich so den ganzen, den ganzen Nerv von allen irgendwie auf sich. Dann gibt es Menschen, die sind, die kommen ganz leise rein, sind ganz, ganz, ganz leise, man bemerkt die eigentlich und sie entschuldigen sich, äh, dauernd, dass sie jetzt stören und sie wollen ja nicht stören und man denkt, ja, ich habe dich gar nicht gehört, halt die Klappe, dann störst du auch nicht. Aber dieses ganze Entschuldigen, das ist das, was stört. Also sei einfach leise. Sei einfach leise, ist doch alles gut. Aber dieses Entschuldigen, ähm, das ist nun die wirkliche Störung. Ja, und, ähm, das ist jetzt mal so ein, so ein kleiner Auszug vielleicht von, von Menschen, die jeder schon mal erlebt hat, äh, ne, was, was, was ihr vielleicht einfach kennt, um, um zu zeigen, wie unterschiedlich, äh, man zu spät kommen kann, wie unterschiedlich man einen Raum betreten kann, wie unterschiedlich, ähm, mit welch unterschiedlichen Energien man reinkommen kann und welche unterschiedlichen Resonanzen man bekommt, also Reaktionen auf das eigene. Ob die Leute einen anstrahlen, ob die Leute einen anlächeln. Ich bin zwar zu spät gekommen, aber alle lächeln mich an. Oder, ähm, ich bin eigentlich vielleicht noch gerade rechtzeitig gekommen und die gucken mich trotzdem, die grummeln trotzdem alle mich an. Warum denn? Was hab ich denn falsch gemacht? Es ist doch, ich bin doch noch in der Zeit und ich setze mich da ganz ruhig hin und trotzdem gucken mich alle komisch an. Was mach ich denn um Himmels Willen falsch, dass ich diese Reaktion bekomme? Also dieses ganze, äh, Spektrum menschlicher Beziehungen und menschlicher, ja, wie nenne ich das denn? Umgangsweisen miteinander, menschlichen Kontakt, ähm, all, all diese Energien, diese, ähm, unterschiedlichen Verbindungen, diese unterschiedlichen Begegnungen und diese unterschiedlichen Wahrnehmungen, ähm, die habe ich durch die Homöopathie so, so gut verstanden wie durch nichts anderes. Und, ähm, da möchte ich dich einladen. Das Erste, ähm, das Erste, was ich dir, äh, die erste Reihe, die ich jetzt hier bringe, das ist die Reihe, ähm, von meiner Fahrradfahrt durch Berlin. Ich habe in Berlin gewohnt, Prenzlauer Berg und, ähm, bin vier, fünf Jahre, äh, immer in meine Heilpraktikerschule gefahren. Ähm, die war in Charlottenburg und da bin ich, ja, gut zehn Kilometer gefahren oder Luftlinie zehn Kilometer irgendwie sowas rum. Bin ich immer, äh, bei fast, also wenn der Schnee nicht zu hoch war oder, oder der Sturm nicht zu stürmisch, bin ich eigentlich immer mit dem Fahrrad gefahren, ne, zehn Kilometer hin, war in der Schule zehn Kilometer zurück und, ähm, das täglich. Oft auch am Wochenende, weil ich auch Wochenendseminare besucht habe. Also ich habe da ziemlich viel erlebt auf meiner Fahrradtour, äh, die zehn Kilometer durch Berlin. Und, ähm, ich habe in der Zeit, habe ich Homöopathie gelernt und ich habe in der Zeit mich mit unterschiedlichen homöopathischen Mitteln sehr intensiv befasst und das bedeutet auch, dass ich mit diesen Mitteln in Resonanz gegangen bin. Und Resonanz bedeutet auch, dass ich diese Mittel, diese Energie, die in diesem Mittel steckt, am eigenen Leib erfahren habe. Das heißt, ich habe sowohl unangenehme Situationen, unangenehme Energien, also sozusagen die kranke Seite des Mittels am eigenen Leib erfahren, als auch die gesunde Seite und, ähm, die, die, ja, den Weg der Heilung, wie es eigentlich sein soll, wie es eigentlich auch sein darf. Und, ähm, das habe ich alles am eigenen Leib erfahren und zwar jeweils zu sehr unterschiedlichen Mitteln. Und das, und da kann ich die Resonanz nochmal richtig erklären, und das hat sich auf meinem Radweg durch Berlin extrem bemerkbar gemacht. Ich werde diese zehn Kilometer Strecke auch noch beschreiben. Das sind sehr, sehr unterschiedliche, ähm, Abschnitte, die ich gefahren bin, die sehr unterschiedliche Herausforderungen auch mit sich gebracht haben. Und das werde ich ein bisschen beschreiben. Und dann diese Strecke, die ich täglich gefahren bin, ähm, habe ich mit unterschiedlichen, also mit der Beschäftigung unterschiedlicher homöopathischer Mittel ganz unterschiedlich erlebt. Und, und ich habe vor allen Dingen, das ist nämlich das Coole daran, dass nicht nur ich das in mir anders erlebt habe, sondern dass die Leute im Außen, die Menschen, denen ich begegnet bin im Außen, dass sie sich mir gegenüber sowas von unterschiedlich verhalten haben, dass ich echt gedacht habe, ich fasse es nicht. Das ist so ein bisschen wie, ähm, und täglich grüßt das Murmeltier, ne, ich weiß nicht, wer den Film kennt, aber das ist jedes Mal, also jedes Mal den, den gleichen Weg, aber mit einer so unterschiedlichen Farbung, dass ich gedacht habe, das ist echt filmreif, da müsste ich einen Film drüber drehen. So, und jetzt mache ich keinen Film darüber, sondern jetzt mache ich den Podcast darüber. Ich nehme dich mit auf meiner Fahrradreise durch Berlin mit dem, mit den unterschiedlichen Mitteln, zu denen ich dir ein bisschen was erklären werde und dir anhand der Reaktion, anhand dessen, was ich auf dem Weg erlebt habe, diese unterschiedlichen homöopathischen Mittel erklären werde. So. Und das ist, ähm, ja, das ist so ein bisschen lustig, kurzweilig, erstaunlich und sehr lebensnah. Das ist nicht so abgefahren theoretisch, sondern es ist einfach aus dem Leben gegriffen und dann kannst du es nachvollziehen. So, und das ist das, womit ich hier meine Reihe starte. Die erste Staffel, äh, ist, ist meine Reise, äh, mit dem Fahrrad durch Berlin. Die homöopathische Fahrradtour durch Berlin sozusagen. Ja, damit beginne ich. Und ich wünsche dir viel Spaß und, ähm, und ich freue mich auf die kommende Woche, wenn die Reise beginnt. Liebe Grüße und bleib neugierig, deine Juki Wunsch-Tritze. Die Juki Wunsch-Tritze.